Willkommen! Ein neues Highlight möchte ich Ihnen heute vorstellen und zwar das Modell Edit Free Motion von Koinor. Wir haben hier einen Zweisitzer und eine Liege, die wir beides separat anbieten. Beides profitiert sich natürlich stark über die Verstellmöglichkeiten. Wir haben hier bei dem Longchair eine Rückenverstellung. Hier kann ich mir es richtig bequem machen. Und ich kann dann auch noch hier mir das so hochholen. Die Kopfstütze kann ich auch gleichzeitig als Armstütze verwenden. Dann nehme ich mir das weiter vor. Wunderbar bequem. Ich kann natürlich auch hier den Rücken runternehmen. Und das dann auch wieder gerade stellen, sodass ich etwas aufrechter sitze. Ein ganz tolles Longchair. Dies bieten wir separat an. Dann haben wir hier diesen Zweisitzer. Ich rücke jetzt mal weiter, wo beide Einzelsitze drehbar sind. Was kann dieser Zweisitzer? Der hat einen Haufen Knöpfe. Ich kann jetzt erstmal das Fußteil hoch und runter fahren. Ich kann die Rückenneigung verändern. Wenn ich den richtigen Knopf finde. Und die Ohren kann ich natürlich auch verändern. Also ich kann mich hier richtig lang legen, wenn ich jetzt das wieder hoch mache. Kann aber auch normal sitzen. Und jetzt kann ich auch nochmal hier die beiden Sitze zusammen fahren. Wenn man sich mag, dann will man vielleicht näher zusammensitzen. Ich kann bis ganz zusammen fahren. Und somit habe ich ein ganz normales Sofa. Ich rücke jetzt mal hier rüber. Hier ist der Rücken jetzt unten. Und fahre, wenn ich die Knöpfe finde, hier komplett zusammen. Mach mal die Fußstutze runter. Habe jetzt einen ganz normalen Sitz. Kann ganz normal da drin sitzen. Oder wie hier natürlich ganz toll Lümmel. Also ich bin ja eher der Lümmler. Von dem her ist mir das eigentlich lieber. Aber das ist Geschmackssache. Das kann jeder für sich entscheiden. Ein ganz tolles, nubukiertes Büffelleder. Eine Formation. Zweisitzer und oder Longchair. Etat was ganz Besonderes. Eine echte Innovation von Kölner. Schnappen Sie zu. Ihr Lutz Reinhardt.